Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen bei unserem ersten Finale in WG Sucht. Schön, dass ihr dabei seid. Unsere Finalistinnen Sophie und Patricia kämpfen heute um den Einzug in die WG und um die vom Sender bezahlte Jahresmiete. Für die, die es noch nicht wissen, in WG Sucht geht es darum, dass sechs Kandidaten in fünf Runden um eben den freien WG-Platz kämpfen. Die Jury wird gestellt aus den WG-Bewohnern. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was in den letzten Tagen so alles passiert ist, damit ihr ein bisschen den Überblick habt. Hallo, ich bin die Maja, 25 Jahre alt und Schauspielerin. Hallo, ich bin der Eugen, auch 25 Jahre alt und Schriftsteller und Journalist. Und ich bin der Tom, 24 Jahre alt und noch Student. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Ciao. Also, bemühe dich und vielleicht bist genau du derjenige, der hier einsehen kann. Bis bald. Tschüss. Maja, bist du schon gespannt auf unsere Kandidaten? Ja, ich bin schon sehr gespannt, wer der zukünftige Mitbewohner wird. Wir hatten in den letzten Jahren ja oft die Qual der Wahl, einen neuen Bewohner zu finden. Ich bin Luca, komme aus Italien und ich bin perfekt für die WG, weil ich mache die beste Pasta von der ganzen Welt. Das alte italienische Rezept von meiner Großmutter. Hallo, ich bin die Miriam. Ich bin eine supi, nette, kleine Weltenbummlerin, so heute hier, morgen dort. Ich bin Patricia, Künstlerin aus Wien und ich möchte euch mit meinen wunderschönen Farben das Leben versüßen. Hi, ich bin der Marcel und ich bringe euch frischen Wien in die Wohnung. Hallo, ich bin der Thomas aus Wien und ich nehme nicht nur mich, sondern auch meinen Goldfisch, meinen besten Freundin Franzi mit in die WG. Hallo, ich bin die Sophie. Ich möchte gern ganz viel für euch grillen und kochen und ein Geheimnis noch, mit mir kommt ihr überall hin, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Mein Talent ist, ups, Speedpainting. Kommando für die Regie mit der Uhr. Auf die Plätze, Kunststück, los. Bleib so. Miriam, miram und Wasser, vielleicht? Ja, mir geht es eher so um das Erlebnis, spirituell. Und wir haben noch fünf Sekunden, ab. Fünf, vier, drei, zwei, eins und aus. Was soll denn das sein überhaupt? Ähm... Elf Zentimeter. Elf Zentimeter für Patrick. Die blutige Maria zusammenrühren. Ah, die Bloody Mary. Genau, auf Englisch. Wie heißt es auf Französisch? Keine Ahnung. Macht nichts. Also die blutige Maria. Haben Sie schon eine Bloody Mary erst spät? Nein, nein, nein. Genau, mein Outfit. Was bedeutet das? Also Rot steht für Energie, Kraft und Leidenschaft und dementsprechend ist auch der Cocktail sehr stark geworden. Kraft ist drinnen. Genau, aber er haut rein. Danke, Patricia. Peace of Soul. Also, kristallklarer Seelenfrieden. Das ist ganz tolles Quellwasser von unserer Mutter Erde mit ein bisschen Zitrone dabei. Okay, dankeschön. Also in Zitrone, Zitrone. Genau. Ohne Soda halt. Null Punkte. Null Punkte von Tom. Du bist mal. Das ist okay. Ich gehe jetzt nach Hause, ich meditiere ein Ründchen, dann gehe ich nach Japan auf so einen Walfang, Fischfänger, Flottenboot und schauen wir mal. Peace, Leute, peace. Das ist wieder vorsichtig. Sophie macht viel Liebe. Oh ja. Da ist richtig. Richtig Liebe und Begeisterung. Richtig zu was dahinter, ne? Naja. Okay, ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Und ich habe sogar ohne die Handschuhe geputzt, das Klo. Pst, so was sagt man nicht. Nicht so gut, Thomas. Aber gut, jetzt ist es raus. Und du dürst dir dann eh nicht die Hände in deinem Fischglas-Nadel, hoffe ich. Da freue ich mich, dass ich nicht auf Besuch kommen muss. Ja, also das im Stehen pinkeln hat eigentlich Nachteile. Aha. Ja, hausfraulich gesehen, weil die Tröpfchen herumspritzen und das zwischen den Kacheln ist ja, es spritzt ja auch, es spritzt. Und dann zwischen den Kacheln ist doch diese Fuge. Die Fugenmasse, ja. Und das saugt das an und mit der Zeit entsteht so Ammoniak, also es stinkt. Und können Sie unseren Zusehen oder unseren Kandidaten einen Tipp geben, wie man das wieder wegkriegt? Ja, ja, am besten nach ein paar Jahren den Boden rausreißen und wieder neue Kacheln. An alle echten Männer da draußen, die in den Stehen pinkeln. Es heißt, der Putzfrau und nicht Putzmann. Wir sind viel vielleicht, das wird ein sauerer Apfel. Und das wird sauerer mit einem Weinbock aus der Brustbrust. Und weiter geht es mit der Orange. Wir haben da 20 Sekunden Zeit bei ihr Lieben. Sassen Sie da nicht? Nein, aber es ist schlecht. Gegrillte Schnecke, frisch aus der Natur, hat viel zu viel Schleim. Das ist diese klebrige Spur. Und wenn man die isst, die frisch gegrillten, also da kriegt man den Mund nicht mehr auf. Das ist schlecht. Wirklich? Nein. Aber man sammelt Weinbergschnecken. Ich habe ja einen Garten. Es ist verboten, von Naturschutz, wo man das da senden darf. Aber zur Not, wenn die Zeiten schlecht werden, Weinbergschnecken sammeln. Und man braucht sie nicht ausnehmen, weil man füttert sie nämlich im Gegenteil mit Mehl. Ja, wir haben französisch ja auch gesagt. Ist die nicht so meine T-Mer, die Luxus-Arbet? Hallo, liebe Freundes. Hallo. Also heute ist Donnerstag und Donnerstag ist mein veganer Bio, grüner Donnerstag. Und das sind halt alles Sachen, die sich super miteinander ergänzen. Super. Danke, Thomas. Und die ergänzen sich halt. Tschüss. Das bedeutet, wir haben zwei Finalistinnen, die da heißen Sophie und Patricia. Herzlichen Applaus. Bravo. Jetzt darf ich Sie ganz herzlich im Studio begrüßen. Unsere WG, Maja, Tom und Eugen. Und unsere zwei Finalistinnen, Patricia und Sophie. Schön, dass ihr alle da seid, heute im Finale, im ersten Finale in WG Suft. Endlich Finale. Bevor wir zu den Spielen kommen, begrüße ich noch einmal unseren lieben Herrn Franz, unseren Hausmeisterexperten. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, Herr Franz. Das ist schon fast eine Selbstverständlichkeit. Absolut. Ich finde es auch. Ja. Jeder, jede von euch beiden hat ein Regal zur Verfügung. 60 Sekunden Zeit, um es möglichst stabil zu machen. Ruhig bleiben, nicht nervös werden, sonst wird man narrisch, dann geht gar nichts. Da ist schon was runtergefallen. Da ist schon was runtergefallen. Halbzeit. Was ist das? Da sind schon die Teile drin. Das ist ein Regal. Ihr habt noch fünf Sekunden Zeit, Mädels. Fünf Sekunden. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Aus. Aus. Aus, Sophie. Aus. Aus. Gilt nicht mehr. Das schöne Regal. Danke, treten Sie zurück. 20 Minuten Zeit gebraucht, dann wäre aber was Besseres herausgekommen. Das liegt recht stabil am Boden. Das hier ist kürzer als das andere. Aber es soll ein Regal sein, ne? Ja, ja, das soll so. Wir benennen es so. Es ist eine Künstlerin, also das ist ein Regal. Also derzeit stabil, halt nicht hoch. Bei mir kommen wir auch so. Ah, ich weiß schon, genau. Nicht herschauen. Geheim. Ich hab's gesehen. Was war's denn? Eine Kuh. Eine Kuh? Jetzt ist aber der ganze Schmäh weg. Schade. Also bitte nicht persönlich nehmen. Sie bekommen wirklich ein Muli Kuli. Diejenige von euch, die als erstes hupt, kann die erste Antwort geben. Ist die Antwort richtig, bekommt sie den Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt die Gegnerin den Punkt. Eugen schreibt seine Zeitungsartikel am liebsten auf dem Klo. Richtig oder falsch? Sophie. Falsch. Richtig. Okay, das ist ein Punkt für Sophie. Die WG hat den Brauch, im Sommer Sand in der Küche auszustreuen, damit es sommerlicher wird. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Nein. Falsch. Oh, das ist leider ein Punkt für Sophie. Das wäre richtig gewesen. Richtig. Noch ein Punkt für Sophie. Cool. Maja bewirft in ihrer Freizeit Pelzträgerinnen mit rohen Eiern. Letzte Frage. Tom trägt im Winter Feinrippe unter Wäsche. Richtig oder falsch? Hoffentlich falsch. Ja, richtig wäre nämlich Eugen. Das ist ein Punkt für Patricia. Das war unser Love Match. Ist schon vorbei. Dankeschön. Dankeschön. Spannend. Momental, Momental, Auswertung, Auswertung. Ja, Herr Franz schreibt noch und somit steht auch schon der Gewinner unserer heutigen Show fest, meine Lieben. Seid ihr schon gespannt? So, da. Könnt ihr schon ahnen, wer es ist? Das weiß ich. Der Einzige, der das weiß, ist unser Herr Franz und vielleicht die Zuschauer zu Hause, die gut aufgepasst haben. Was glaubt ihr? Habt ihr ein Gefühl? Ich bin gerade verwirrt. Ich auch. Okay, die Mädels sind verwirrt. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Also ich glaube, ich habe voll viel gewusst. Ja? Herr Franz? Bitte um die Punkte. Ich habe es hier. Ich sage nicht. Ich tue schon verraten. Ich tue schon verraten. Das ist lieb von Ihnen, Herr Franz. Ich bin die Liebenswürdigkeitsperson. Ich darf jetzt einmal verraten, dass der oder die Gewinnerin des heutigen Spiels eine Frau ist. Das war nicht genau lustig. Nicht falsch. In der ersten Staffel von Weggesucht hat gewonnen... Patricia! Ja! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Danke für euch alle. Danke, dass ihr da wart. Und das war es für heute im großen Finale von WG Sucht. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an unsere fabelhaften Finalistinnen. Danke an unsere WG. Danke an den Herrn Franz. Schön, dass ihr alle da wart. Es war echt eine Freude. Und hey, wenn ihr in der nächsten Woche bei WG Sucht dabei sein wollt, in der nächsten Woche ist es vielleicht ein bisschen zu früh, aber in den Folgewochen, dann schreibt uns doch. Auf unserer Homepage www.wg-sucht.at findet ihr alle Anmeldeformulare und alle weiteren Informationen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir haben uns sehr gefreut. Das war es für heute. Und wir sagen einmal noch ein gemeinsames WG Sucht! Yeah! 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 Das war es für heute.